Schade, dass wir hier nicht nach unten abholen können. Ich habe gerade noch überlegt, ob man vielleicht hier die Verbindung macht und dann nochmal, ne, aus diesen, aus diesen Fusionatoren und so, ob man da vielleicht nochmal einen Conveyorlift nach unten macht, der das dann nochmal in die untere Etage bringt, wo man da, von da aus die Förderbänder loslegt. Das wäre auch irgendwie cool. Na, so ein Merger oder Splitter mit direkt eingebauten Conveyorbelt nach unten. Ja, genau, genau so was. Dass man hier, das wäre cool. Leider ist unten nur Gras, wobei ist eigentlich auch egal. Und dann hier so ein Conveyorlift nach unten. Huch, geht gar nicht. Nicht genügend Freiraum. Oh, cool, warum auch nicht, ne, klar. Achso, weil der steht nicht direkt am Rand. Okay, gut. Da müsste man wahrscheinlich hier so... Ja, genau so. Du warst aber schön, Erik. Ja, das, äh... Das ist ja toll. Das ist jetzt modern. Das trägt man jetzt so. Cool. Ja, cool. Das klappt nicht. Ich helf dir mal. Hm. Danke. Ich hätte das... Achso. Es ist der falsche Ausgang. Ne, aber da kannst du doch auch ein Conveyorbelt dran bauen. Deswegen. Ja, theoretisch ja. Dann probier's doch. Sieht abenteuerlich aus. Also... Also ich dachte, du wolltest das jetzt unbedingt probieren. Wenn ich dann... Nee, 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 nee. Also ich wollte nur gucken, aber ich glaube hier... Das ist noch nicht... Das müsste ich hier bauen. Ich glaube, dafür wäre das Band wieder zu kurz, oder? Ja, das macht er wieder nicht. Ah, blödes Update. Hast du das Spiel. Nichts gönn die einem. Nur weil sie ihre Bugs fixen wollen. Wie arrogant kann man sein. Hm. Echt, ey. 1, 2, 1, 2... Das würde... Ah, das würde sogar passen. Ja, das geht so auf. Toll. Das ist schön. Ja, gut gemacht gerade. Das ist schön. Wäre nur gut, wenn wir die dann halt auch beliefern, ne? Ja. Weil wir haben grad so viel gebaut. Ganz viel. Es sieht alles sehr imposant aus, aber es ist immer noch wie diese russischen Werke. Sag mal, hast du da hinten... Ich geh da gerade... Hast du ne Schräge an den Berg gebaut? Ja, da hab ich damals die Schnecke geholt. Ah, alles klar. Okay. Und sieht schön aus, da oben kann man gut picknicken. Ich geh da. Okay. 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 Ein Bus-System. Ein Bi, ein Ba, ein Bus-System. Wie machen wir das wohl? Wir müssen mal ein Bus-System unten wahrscheinlich ein bisschen Platz lassen. Sag mal, kann man hier... Hier ist immer noch Wiese, ne? Ja, da unten ist leider Wiese. Scheiße. Na... Warum? Ich hab überlegt, ob man das Bus-System vielleicht... Wenn die Fabrik hier eh aufhört... Da oben, ne? Das ist ja genau da, wo die Fabrik aufhört. Quasi über uns der Rand. Ähm... Und wenn man hier jetzt wegnimmt, so... Dann könnte man das Bus-System da unten schon anfangen. Damit die höher gebaut werden können. Weil so haben wir halt nur diesen Dreierplatz hier. Eine Dreierhöhe für Förderbänder. Wenn wir hier aber ein bisschen was wegnehmen, dann würde das wieder passen. Äh... Äh... Aber... Ah, da hinten ist doch dann, äh... Fundierter Boden, also... Jaja, genau. Das hört nur hier auf. Wir müssen nur da einen Weg finden, wie wir diesen Berg mit integrieren, weil... Der leider... Der Berg ist leider schlecht zu integrieren. Leider. Es sei denn, wir machen so eine Mini-Rampe oder irgendwie sowas. Und die Förderbänder würden eh erst ein bisschen höher anfangen. Dann wär's egal. Mhm. Dann können wir die weiterhin gerade bauen. Jo. Mal testen ein bisschen. Teste du mal. Ich teste mit dem Ton. Das ist sehr schön. Sehr gut. Sehr gut. So verdingt sich jeder eben in seinem Methin. Ja. Okay. Hallo. Ja, das könnte funktionieren. Ja. 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 Dann erhöhen wir den Bus unten einfach ein bisschen und nehmen oben die Decke raus. Huch. Ähm. Hi. War was? Ich hab dich aus Versehen runtergeboomst. Das ist okay. Ich hab grad mein Buch geholt, wo ich mir aufgeschrieben habe, wie der Discord funktioniert. Was? Ja, ich hab dafür ein Buch bestellt. Äh. Oh. Also auf welchen Kanälen bei mir der Discord ist. Und ich probiere das jetzt irgendwie schön hinzukommen, dass es jetzt endlich klappt und du dich nicht mehr selber hast. Oh. Okay. 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 Ich drücke alle Daumen, die mir zur Verfügung stehen. Und jetzt sind wahnsinnig viel. Du bist aber auch ein Mutant, ja. Ja, ja. Ich hab meine ganzen, ne. Das wissen Leute nicht, die mich noch nicht gesehen haben. Beide Hände bestehen bei mir ja aus jeweils sieben Daumen. Das heißt, wenn ich die Daumen drücke, dann bringt das auch Glück. Und Gelenkschmerzen. So hässlich aus, gerade in meiner Vorstellung. Vor allem, wenn du popelst, dann popelst du immer mit einem Daumen. Das ist richtig. Deswegen hab ich auch so riesen Nasenlöcher. Unglaublich. Ja. Ich hab aber auch an den Füßen, hab ich einfach jeweils sieben Zehen. Ja. Sieben? Ja. Ich profitiere nicht davon, aber ich trage auch nur Sandalen und meine Schuhe vorne offen. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte. Was hast du denn gegen Sandalen? Ja. Magst du Muskelshirts? Hm? Magst du Rippmuskelshirts? Ja klar, zu den Sandalen auf jeden Fall. Im Sommer. Weißt du, das ist das Schlimmste im Sommer. Du kommst ja nicht aus einer Großstadt. Du bist ja, du bist ja so Bernau. Was? Wenn du in Berlin im Sommer in die Bahn steigst und dann steht da dieser Mann, den du gerade, den, den du verkörperst, sag ich mal. Ja, ja. In diesen Sandaletten im Rippmuskelshirt und hält sich oben an der Stange fest. Genau, so muss es sein. Mit beiden Armen auf beiden Seiten. Und natürlich. Und das letzte Mal über Körperhygiene nachgedacht 1872. Das ist absolut richtig. Und dann hält die Bahn ruckartig an und dein Gesicht macht wie bei diesen, und dann kam ein Poli-Moment. Da, wo, da, da, wo, ähm, der hier mittlerweile verstorbene Schauspieler diesen Ballwurf macht. Und einfach der ganze Schweiß kommt an deine Backe ran. Und du hast noch im Essen, im Weihnachtsessen, hast du noch die Haare aus den Achseln von dem Mann. Und es fühlt sich beim Impact ein bisschen so an, als würde man in so nassen Badeschwamm in so kalten. Ja. Ach, schön. So muss das, Funk. So muss das. Vor allen Dingen, wenn diese Rippmuskelshirts ehemals weiß, so schon gelb sind an den Rändern. Hm. Ach, ja. Die Gönnung. Immer herrlich, fein, lecker. Ja. So. Guck mal, ich hab jetzt hier ein bisschen alles erhöht. Das wird, das geht. Dann haben wir den Berg auch weg. Dann läuft der Bus auf diesem Ding hier. Ich guck gleich. Ich guck Ton und dann guck ich gleich. Ja. Alles klar. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das alles hier rauskriegen, aber anders geht's leider nicht. Pfff. Hm. Hm. Drei, sechs, neun. Drei, sechs, neun. Du hörst mich, nicht wahr? Ja, du bist sehr leise bei mir gerade wieder. Ja, ja. Ja, ja. Das ist das einzige Problem. Weil ich glaube, da hörst du dich dann nicht. Wenn ich mich zu laut mache, hörst du dich. Ich glaube, der Funk spricht gerade aus der Vergangenheit zu uns. Ich baue gerade, vielleicht hör ich dich grad nicht. Doch, doch, ich hör dich. Also, also nein, ich hab auch nichts gesagt. Keine Sorge. Okay. Bega Nin er spricht dafür. Ein riesiges Untertitel. ByeJ. Wo? 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 Hm? Nee, du hörst dich. Fuck, ach man, ich... 5 Minuten... Oh shit, ich... Nee, du bist... du bist leise... Du bist wieder so leise, ich hör mich gar nicht. Ach so... Genau. Ja, aber sobald ich mich dann angenehm lauter mache, für dich, so wie jetzt ungefähr, nehm ich an... Ja, 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 wir reden mal parallel vielleicht ein bisschen mal gucken, dann kann ich mal gucken... Lass uns mal ein bisschen parallel reden. Ja, ja, ja. Aber ich glaub, ich hör mich nicht mehr. Ach, das wär ja der Wahnsinn. Ich glaube, meine Stimme ist weg. Oh, wär das toll, wenn deine Stimme weg wär, mein ich. Einfach so generell. Ja, also, ich, ich, ja... Ach, dann mach's mal gut, ne? Tschüss. Oh shit. Okay, guck mal, hier für den Bus... Ja. Ne, hier so, hab ich, hab ich eine halbe Platte hochgebaut... Oh, die ist unsichtbar auf der du gerade läufst bei mir, alles klar, ja? Okay, cool. Ja, so. Nee, nee, die hier, aber ist egal. Okay, warte. So. Also, auf jeden Fall hätten wir dann, glaub ich, genug Bushöhe. Mhm. Um hier hoffentlich alle Förderbänder hinzukriegen. Und auch noch das Problem, was ich nämlich sehe. Angenommen, wir haben jetzt die Förderbänder hier. Ne, und die ist alle so nah bei nah, weil wir haben ganz viele davon. Ja, wir werden auch ganz viele davon haben, ja. Genau, was passiert, wenn wir hier hinten Förderbänder haben, die jetzt aber abgehen müssten? Verstehst du? Meinst du rein optisch, wie das aussieht, oder wie? Ne, wie wir das logistisch machen, dass dieses Förderband trotzdem, ne, wenn wir hier alles voll mit Förderbändern haben, dann kriegen wir die Förderbänder von hier hinten... Von hier hinten gar nicht auf die andere Seite rüber. Ähm, kennst du das Prinzip einer Laufbahn? Also, wenn du, äh... Ich hab noch nie eine gemacht, keine Ahnung. Ähm, ähm, ähm... Ja... Ne, was denn? Na, dann stellst du einfach dieses äußere Teil, an dem ich jetzt gerade dran hänge, stellst du einfach ein bisschen weiter nach vorne. Also, äh, oder besser gesagt, da stellst du hierhin nach vorne, das Teil ein bisschen hierhin nach vorne, das Teil ein bisschen hierhin nach vorne, das Teil ein bisschen hierhin nach vorne. Dadurch werden die Kurven gleich, Abstand gleich, ähm, ja. Äh, ja, ja, also das haben wir schon ein paar Mal gemacht hier tatsächlich, aber was ist dann nur mal so als Beispiel? Das ist ja, ne, also stell mal vor, die sind so hoch gebaut wie die, die du, äh, von da drüben dran gebaut hast, da mit dem neuen Eisen und mit dem Beton und so, ne? Ja, ja. Da hast du ja respektable Höhe. Aber das Problem ist, wenn das hier jetzt zum Beispiel hier rüber soll, dann sind ja ja lauter Förderbänder, weißt du, was ich meine? Wir kriegen das ja sonst nicht durch. Ja, das müssen wir dann vorher planen, welches schon wohin muss. Das ist doch dann, dann müssen wir vorher einfach wissen, das Äußerste ist auf jeden Fall das, was hier hinten als ganz als erstes hier benutzt wird irgendwo. Mhm. Ähm, ja, ja. Oder wir lassen unten irgendwie zwei frei, eventuell. Wat? Warum so umständlich? Also, warum so umständlich? Warum zwei frei, flip-flap-flop? Nee, ganz einfach, weil wenn zwei frei sind, dann könnten wir theoretisch, nur mal so als Beispiel hier wieder, ähm, dann haben wir Platz und bräuchten gar nicht mehr so vorher so massiv planen, sondern, um das mal ganz grob anzudeuten, wir könnten dann hier durch zum Beispiel. Oder auch andersrum, wenn abgeholt wird und wir müssen irgendein Förderband in den Bus kriegen. Verstehste? I'm not entirely sure. I'm not entirely sure. Ach, du kennst das auch? Äh, äh, ja. Ach, äh, hä? Ähm, huch. Yeah, wuhu. Ähm, aber weißt du, was ich meine? Wenn man so ein bisschen Platz lässt, dann könnte man Förderbänder da durchlotsen. Ja, ich weiß doch nicht, warum wir überhaupt Platz lassen müssten. Damit wir Förderbänder durchlotsen können, sollte Not am Mann sein. Wann sollte denn hier mal Not am Mann sein? Ja, du hast recht, hier ist alles sehr geordnet. Es ist immer Not am Mann. Wir haben Not am Mann. Ja. Ja. Okay, ich geh wieder hoch und baue weiter. Was? Warum? Bau weiter. Das muss hier doch mal vorangehen. Okay, und danach machst du den Bus, ne? Tschüss. Nein! Ich mach die Wende. Nein, nicht schon wieder. Oh. Bitte nicht, Schnatterinchen. Hilf mir. Vor allen Dingen, aus welcher Richtung kommt denn der Bus jetzt eigentlich? Ah! Ich dachte, du, 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 Moment. Was? Ja, aus welcher Richtung kommt denn der Bus? Na, wir haben doch, also, mehrere. Also, wir haben einmal das da hinten, was ich beim letzten Mal gebaut hatte, mit dem Fenster. Genau. Da wo das reinkommt, dann haben wir da hinten die Minen, die du das letzte Mal verbunden hast, wo du alles abgerissen hast, was ich gebaut habe. Ich hab's gesehen, danke. Ähm, ähm, ne. Meine Frau kam sogar auf mich zu und hat gesagt, du weißt du eigentlich, dass der Erik alles abgerissen hat, was du gebaut hast? Du bist ein grandioser Lügner, Funk. Nein, wirklich. Sandra kam auf mich zu und hat das... Hä? Ja. Wie? Du hast irgendwas abgerissen. Ach, die kontrolliert deine Aufnahmen, ja, überall wo du mitsprichst, kontrolliert sie, damit sie auch genau im Bild ist, was du von ihr hältst. Ja, eigentlich immer. Von deiner wahnsinnig aufregenden, attraktiven Jet-Setterin, die ihr zur Frau habt. Das ist der Wahnsinn, oder? Diese Kulturbloggerin. Also, ihre humanistische Arbeit spricht für sich, ist einfach weltgebildet. Was für ein kulturelles Phänomen. Danke. Sandra, hörste? Ach, toll. Ne, ähm, äh, da hinten haben wir ne Menge Minen, wo ne Menge hierher kommt. Genau, aber fährt der Bus dann aus verschiedenen Richtungen? Also, das hört sich so komisch an. Ja, der Bus fährt aus verschiedenen Richtungen, leider. Aber das ist doch dann alles durcheinander. Ja, ja. Ja. Aber das ist doch noch nicht gut. Ja. Ja. War ja auch alles mal anders geplant, bis der Herr genau an diese Ecke, genau in diese Ecke, seine 40 Strohhalme gebaut hat. Ja, du, es geht ja, du, es geht ja nicht nur um die Strohhalme. Wir haben doch noch die ganzen Fabriken, die nicht funktionieren. Ja. 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 So, was spielen wir eigentlich als nächstes Funk? Ich hab keine Ahnung, ich hab Angst. Scheiße. Irgendwas mit Aufbau. Ja, ja. Anno ist übrigens Multiplayer. Yay. Ich bin so schlecht in Anno. Och, ja, naja. Ja, also bei mir geht's tatsächlich erstaunlicherweise. Aber... Also ich werd auch besser, aber, Mann ey. Das Problem ist, dass andere Anno-Spieler kommentieren. Und dann fühlt man sich immer schlecht. Oh, das ist das, 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 sowas sollte verboten werden. Ja, ich hab so und so viel Plus. Mmmh, ich hab für dich auch schon 2 Millionen. Mmmh, mmmh, mmmh. Ich hatte auch schon ne Menge Plus. Ja, war. Nichtsinn, war. 8000 hatte ich, oder so. Oder 12, war toll. Das ist gar nichts, ich hab schon 30.000, ah, da, 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 da. So, kommt mir das unter Anno-Spielern vor. Nicht alle natürlich, aber da gibt's schon einige. Huch, was passiert denn hier? Achso, hä? Hä? Achso, die Dinger hier wurden grad bei mir neu gesetzt. Okay, cool. Alles okay? Ja, nee, alles gut, alles gut. Ich überlege, ob ich das mit dem Bus mache, Funk, ne? Ja. Wie machen wir das am besten? Hm? Ich weiß nicht. Ah, ja, natürlich. Hast du was? Hast du eine Lösung, ja? 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 Ja, natürlich. Jemand, ich möchte nicht sagen, wer. Ja. Aber ein wirklich gut aussehender junger Bastard hat ja angefangen, vorher schon diese Wände um die Fabrik zu bauen. Ja. Die werden uns helfen. Aha. Weil? Toll, dieser junge Mann. Ähm, weil wir uns hinter denen super verstecken können. Hä? Was? Guck mal, das hier ist aber... Das Ding ist aber falsch hier, oder? Das ist doch falsch gesetzt, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nee, das ist richtig. Hä? Was? Die sind alle... Eins, zwei, drei, vier, auch so. Ah, okay, das kommt in die, ah, okay, alles klar. Nee, schon gut, schon gut, Frank. Nee, nix, alles gut. Ja, ja, das. Ich muss diese komischen Aufstiege lassen. Na gut. Ähm, Frank, ich baue mal ein paar Wände, ne? Ja. Hm? Was ist denn los? Was? Geht's dir nicht so gut? Doch, alles gut. Okay, dann ist gut. Weißt du, ich mach mir Sorgen um dich. Das machen wir alle. Erst hast du diese wahnwitzigen Vorstellungen da unten von dieser neuen Fabrikanlage, dann mit dieser Förderbandetage. Oh, passt ganz genau auf, was du jetzt sagst, Freundchen. Zwei Förderbandetagen. Oh, Achtung, Achtung, Achtung. Dann musst du auch noch mit dem Bus und so. Oh, weia. Wir hätten viel weiter sein können, wenn wir einfach kreuz und quer bauen. So wie... So wie Gott es gewollt hat. Okay, okay, ja. Dann verprügelst du dich beim Ausloggen noch selbst. Also ich mein, guck mal. Vorschlag zur Güte. Ja. Der eine Bus, der hier ankommt. Ins Fenster. Den kann ich ja auch wieder... also... umleiten. Ich glaube, wir müssen alle Busse umleiten später. Also alle, alle Dinger. Das Ding ist halt, wir müssen uns mal entscheiden und dann auch dabei bleiben. Naja, aber es wächst ja und die Anforderungen wachsen. Und unsere alten Systeme sind für die neuen Anforderungen nicht mehr... Ja, funktionell quasi. Nicht mehr praktikabel. Meinst du die alten Systeme, die wir beim letzten Mal besprochen haben, wie zum Beispiel eine Schmelze vor jede Minute zu klatschen, damit direkt schon das härtere Material ankommt? In einer sich ständig ändern Welt... Äh, ändern Welt? Verändern sich auch die Anforderungen natürlich, klar. Da muss man natürlich ein bisschen flexibel sein, Funk. Auch im Alter. Hm? Das ist keine Antwort auf meine Frage. Du antwortest wie ein CDU-Politiker. Ja, das war auch grad völlig beabsichtigt. Was ist denn das? Ja, das mach ich schon seit 70 Jahren so, das muss also auch heute noch gut sein. Achso, dann geht das ja. Ja. Aber dir geht's noch so gut, Erik? Ja, natürlich. Ja, warum machen wir uns dann überhaupt Probleme? Du hast ja gar nicht gemerkt, dass seitdem wir hier schon bauen, es mit dem Planeten einfach wirtschaftlich aufwärts geht. Und auch die Arbeitslosenquote, die Arbeitslosenquote auf diesem Planeten ist auch. Bei Null. Das ist ja der Wahnsinn. Oder tendiert gegen. Richtig. Und da in diesem Spiel noch keine, keine Klimakontrolle installiert ist, müssen wir uns auch da keine Sorgen machen. Klimaschutz, wir schreiben das groß. Wir machen nur nichts dafür. Wir schreiben es immer noch groß. Aber bitte nicht dafür einsetzen. Nee, nee, nee. Um Gottes Willen. Einsetzen ist eh immer schwierig. Weil man setzt ja auch Truppen ein. Verstehst du? Leute, die einsetzen, sind Kriegstreiber. Ja. Definitiv. Ja. So. Das könnte sehr gut funktionieren. So. Natürlich hört die Fabrik hier nicht endgültig auf. Lieber Zuschauer. Hahaha. Früher hat er gewitzt. So. Schön, schön, schön. Das müsste auch... Ja, das müsste auch bis da hinten gehen. Oh Gottes Willen. Und da wo die Strada ist... Dann brauchen wir nur noch hier drüben so wunderbar. Eigentlich müsste es hier weiter gehen. Ich weiß aber nicht, ob wir das gewährleisten können. Hm. 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 Und dann noch da und da und fertig sind wir. Das ist richtig funk. Das ist schon mal sehr richtig. Okay, ich mach hier erstmal wieder zu. Wo bist du eigentlich gerade? Was machst du? Du, ich habe gerade äh... Ich habe gerade 1989 rückgängig gemacht. Was? Was? Wenn du mal... Du hast die gute Musik weggemacht? Nee, wenn du mal... Also wenn du mal hier zum Bus kämst... Ich hab so Angst. Lass mich raten, da stehen jetzt 40 neue Schmieden? Hab ich erstmal temporär hingebaut aber. Nein! Ich komm zu dir. Das ist total lieb. Ich lauf geschwind und freue mir. Das ist so lieb einfach. So, mal kugel. Doch, kügeln wir mal. Guck mal. Das siehst du von dir... Von dir aus siehst du es gar nicht? Man müsste jetzt hier die Wand hochgucken quasi. Hast ja viel gemacht, toll. Über dir. Ja, leider nix. Ähm... Achso. Okay. Okay. Ja, das... Ich sehe schon, wie durch... Dadurch unsere Produktion die Menschen steigt. Um 48% ist jetzt die Eisenproduktion angekurbelt. Du bist aber auch immer so pessimistisch. Nee, nee. Was soll ich denn dazu noch sagen, Frank? Also, ganz ehrlich. Bei dir ist das Glas immer halb leer. Ja. Ich bin der Mekka, Max. Ich freue mich auf die E3. Ja. Ja. Ich habe überlegt, bei der E3, wollen wir dieses Jahr... Nein. Einfach mal... Du bist ja... Du hast ja Schauspielerei gelernt, ne? Kann... Weiß ich nicht mehr. Wird es dir möglich sein, für irgendetwas Begeisterung zu Schauspielern? Ach, bitte. Ach, bitte. Nicht mal der Kinski hätte es geschafft. Ja, na gut. Schade. Und das war ein lebensfroher Mensch. Der hat jeden Tag Geburtstag gefeiert. Hm. Na, ich habe nämlich gedacht, dass wir vielleicht dieses Jahr... Einfach mal die Rollen tauschen. Und du bist von allem immer so... Und ich bin immer... Ich finde immer was zum... Ich finde immer irgendwas zu meckern. Ich bin immer skeptisch bei allem auch. So... Ah... Das wäre eigentlich lustig, oder? Ich weiß... Wenn man es dir abkaufen könnte... Zwischen deinem Grinsen... Hm... Zittern... Vor Freude... Vor dem Speichelfaden... So am Mund... Ja, also... Wird schwierig, wird schwierig. Es gibt ja auch ein paar Sachen, über die ich mich freuen kann. Wenn die E3 vorbei ist zum Beispiel. Ja, darauf freue ich mich dann immer besonders. Hm... Okay... Ne, aber da kann man doch bestimmt, oder? Das wäre doch bestimmt... Witzig... Witzig... Fragezeichen... Na, mal gucken... Na, mal gucken... Hm... Also ich weiß, wo ich mich freue, wenn sie was zeigen. Das wird Nioh 2 sein, wenn da mehr Material kommt. Und allem anderen gegenüber bin ich jetzt schon mal extrem skeptisch eingestellt. Hm... Ja, das ist aber verwunderlich. Ja... So kenne ich dich einfach noch gar nicht. Wollte ich grad... Ja, wollte ich grad sagen, so kenne ich dich gar nicht. Das ist... Äh... Das hab ich doch noch nie erlebt. Warte, ich mach jetzt mal anders. Ich... Markiere gerade ein bisschen... Die Wände. Ja. Die waren nicht immer gelb. Sehr gut. So... Ich mach jetzt überall da Lücken, wo hier die Wege sind, damit das natürlich auch alles ein bisschen ästhetisch aussieht. Ganz klar. Ja. Das wird übrigens auch das letzte Mal gewesen sein, dass wir diese Wand gesehen haben in diesem Let's Play. Die werden wir noch sehr oft sehen sogar. Ja. Ja. Die schließt ja hinten die Fabrik ab. Diese Fabrik, die wir in der Größe auf jeden Fall brauchen. Ja! Hm? Doch! Doch! Manchmal... Frage ich mich, was passiert wäre, wenn wir mit unserer ersten Version weitergebaut hätten. Wären wir schon weiter jetzt? Näh. Ich mein, wir waren da schon weiter, glaub ich. Weil die damals waren wir noch nie. Ja. Ja. Hm. Vor Tabula Rasa ist nach Tabula Rasa. Richtig. So. Das Ding ist einfach, Größenwahn braucht immer ein gutes Fundament. Ganz genau. Ich bin oft unterschätzt, oh Gott. Ich mag das nicht hier über, über der Luft zu bauen. Das mag ich nicht. Sag ich nicht. Der Erik, mhm. Ja, ich mag nicht in den Abgrund stürzen. Das wäre... Doof. Ich hab da eine Avation. Ich vertrage es gesundheitlich nicht so gut, aus einer hohen Höhe zu stürzen. Du meinst, es ist deiner Gesundheit nicht zuträglich, wenn du sterben würdest. Richtig. Richtig. Ja, ist halt eine Einstellung. Aber ich bin sicher, die Homöopathen haben was dagegen. Da einfach aufmalen. Drei Striche auf, die Wange bist gesund. Richtig. Ganz genau. Und abends nochmal, abends nochmal so einen Igel zertauen. Ja. Oder du guckst dir einfach den Mann an mit dem heilenden Blick, wenn du den kennst. Nee, der heilende Blick, was ist das? Das ist... Oh Gott, wie heißt der nochmal? Barco oder so ähnlich? B... A... C... Barco. Wieso? Der steht auf einer Bühne und guckt. Er guckt in die Menschenmasse. Das ist ein Programm, der guckt einfach nur? Ja, er guckt wirklich nur. Er sagt kein Wort. Er guckt. Ach. Hab ich ja auch nichts gegen, wenn Leute dann so sagen, ach ja, das gibt mir so ein gutes Gefühl. Weil also so diese Patch-Adams-Logik, dass du halt auch was gegen Krankheiten machen kannst, wenn es dir einfach seelisch gut geht. Dagegen hab ich nicht. Ja, das stimmt. Finde ich auch eben. Er nimmt auch nur 10 Euro Eintritt. Also der nimmt jetzt keine hohen Rennensummen. Es wird nur problematisch, weil da gehen auch Leute hin, die sagen, ja, ähm, ich hab zwar Krebs und ich war auch bei einer Therapie, aber seitdem ich jetzt Barco angucke, muss ich gar nicht mehr zur Therapie. Und das ist dann ein anderer Weg, wo ich mir denke, okay. Ja, das ist nicht gut. Nein. Aber ich meine, er ist ja nicht verantwortlich für die Dummheit der Menschen. Ja, ja, ja. Aber der guckt echt süß. Das musst du dir mal angucken. Der guckt so ein bisschen wie, also stell dir Axel Voss in einfach auf so ein guter, so ein Hippie Axel Voss. Du, ich finde ganz ehrlich, Axel Voss, ne? Der sieht immer sympathisch aus. Ja! Der sieht aus, ganz ehrlich, der sieht, ohne das Böse zu meinen, aber der sieht einfach aus, als hätte jemand die Hand in seinem Arsch und würde ihn spielen wie eine Handpuppe. Ein bisschen, der hat so ein quirkiges Lächeln, so. Der sieht aus wie ein Muppet, das meine ich damit. Genau, wie ein Muppet. Das wäre ein guter Vergleich. Und die Muppets sind ja halt alle freundlich, bis auf die Monster natürlich, aber die meine ich nicht. Aber der sieht wirklich immer so ein bisschen aus. Ja, 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 ich will auch mitspielen. Wählt mich doch mal in die Mannschaft jetzt. Warum wählt mich denn keiner? Ja, ja, ich bin euer Axel. So sieht er immer so ein bisschen aus. Oder? Ja. Ich sag jetzt einfach mal ja. Ja. Weiß nicht, auf mich wirkt der immer so. Also wenn, wenn der jetzt nicht... Der hat einen tollen Augenblick, ja. Was mich aber stört, ist einfach, dass da einfach so viel... Boah, da ist so viel Inkompetenz. Also wie geballte Inkompetenz. Und das macht mich... Diese Hilflosigkeit dem gegenüber macht mich manchmal wütend. Hm. Und vor allem, wenn Leute dumm sind, aber diese Dummheit dann auch noch ständig Recht bekommt. Das macht mich noch viel wütender. Von anderen dumm. Ja, genau. Oder vielleicht von anderen, die nicht so dumm sind, aber... Wahrscheinlich ja materiefremd vielleicht. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Ja, das ist man ja immer ein bisschen. Ja. Ja. Ach, das ist ehrlich was. Huch! Ihr könnt euch alle mal Funk bedanken, wenn ich jetzt einmal wieder komplett außen rumlaufen muss. Du kannst doch bitte ne Rampe nach oben bauen. Du bist doch nicht komplett bescheuert. Du musst außen... Hä? Ich bin materiefremd. Lass mich... So... so viel nicht immer wieder. Dann feln. z